in gold apfel da bräuchten wir jetzt gleich wieder 5 gold naja 5 5 gold barren für ein apfel dann macht 5 gold barren 1 2 3 4 5 6 7 7 brauchen wir ja wir haben ja noch drei in der truhe so gut hier tun wir noch die das restliche zeug was du gerade eingesammelt hast da rein also du meinst was man schon jetzt dies und federn dies und federn federn haben wir hier und die hier so eine ja fünf gold denke ich mal kann man sich schon mal irgendwie holen ich finde es ist ein kein ding der unmöglichkeit und das dauert jetzt auch nicht allzu lange na gut okay dann mache ich mir mal eben eine eisenspitzhacke steinspitzhacke habe ich noch machen wir auch gleich mal noch eine ich glaube ich mal wenn man noch eine ja gut so lange werden wir an dem bleiben okay so ich habe hier noch großfleisch merkt sehe ich gerade flippt gerade wieder aus total sowohl darfst du jetzt lang wollen wir jetzt wirklich strip mining machen ja ich würde es vorziehen ist ja dann dauert ja nie allzu lang dauert vielleicht fünf minuten oder so bis man da gold findet hast du mir so eigentlich eine eisenhacke gemacht ich dachte ich sollte den stein machen aber ich kann ja noch gerne ja das an epic zombies durchgekommen ja ja hatte ich habe ich noch nie gesehen so eisen haben wir das eingetan hier haben wir da was eisen so guck wie er da rumglitscht in sein goldschwert so hier ja genau spaß ja hier ja guck mal an sind die eigentlich wenn man den jetzt schlägt sauer dann da drin ich hoffe meine eigentlich will ich den tot schlagen lassen erstmal noch da noch kann er nichts anrichten generell ist er ja neutral so auf welche höhe müssen wir gehen jetzt sind wir 34 wie viel 34 34 gut und jetzt wenn wir jetzt unten sind ich will sind wenn wir hier unten sind sind wir 18 18 das klingt doch ganz gut kann man einfach mal ja lang ja du da ich glaube hier einfach mal rein es ist langweilig für die zuschauer aber ja vielleicht ein schönes gesprächsthema ähm was fällt mir jetzt spontan ein war das erste wort was mir jetzt einfällt oh mein gott also das erste wort was mir einfällt ich hab ne höhle höhlen ja was fällt mir zu höhlen ein mir fällt zum beispiel dazu ein dass ich gar keine fackeln mehr habe ich trau mal hier in die richtung weiter er thomas wie wärs mal mit let's play slender meine ja das heißt ich habe auch eine höhle ähm ja es ist gleich sehe ich als gar keine schlechte idee aber aber ähm kommt alles zu seiner zeit also ich weiß nicht vielleicht äh kommt die in den nächsten tagen wenn ihr diese folge seht ist ja alles vor aufgenommen ist ja klar das kann ich natürlich nicht wissen ähm aber es wird auf jeden fall kommen slender kommt also wie so eine gruselspiele oder so eine horrorspiele kann ich gar nicht leiden ne ich auch nicht überhaupt nicht ich weiß du hast mich gerade witz erschrocken gold oh spawner was für ein spawner zombie du tust mal hier komm mal raus ja warte warte kämpf mal mit weil ich war jetzt gerade noch nicht bereit du hast du doch dumm geguckt ja hab ich ja auch wo kommen die raus da unten kommen sie raus ja und wo ist gold warte mal ich will nicht von dir geschlagen werden hier gold ist daneben oder scheiße warte warte schlag mit ne wegrennen du hast schon ein eisenschwert es geht oh ja da hat eisenschwert gedrofft ne es geht nicht darum dass ich hier nicht mitschlagen muss oh komm mit es geht darum dass ich nicht genau in dein komm bau ab gut satan trenne eisen sattel strings ich nehme einfach mal alles mit ne es geht darum dass ich hier nicht direkt in dein schwert reinlaufen will guck mal in dein gang noch ist jetzt ein oh da tun wir sich mal wieder weg ja ich war ich dachte du bist hier ja okay so gold dann bauen wir ab oh nein sag nicht das ist nur eins doch das war noch einer ooooh es geht weiter da oben ist noch eisen so zum letzten endes doch wie in der höhle ja hast du eigentlich noch holz mit für fackeln ja also ich habe äh stiggis ja dann mach mal bitte aber ich habe keine kohle ja ich baue ja gerade ab nehm die einfach weg ja das heißt die nimm die einfach weg musst du mir schon geben was nehm die einfach bo so warte mal hier ausleuchten von wo wir kommen ok und hier geht es nicht weiter also ok dann andere richtung einschlagen warte wollen wir nicht den Rest hier noch nehmen man weiß nicht wofür man es noch braucht das reicht hast recht mal wahnsinn was hast du alles voll ja aber am alles nur gerümpel so guck mal da hinten ein richtiger rot stich wenn man hier lang geht los setz fackeln so hier bin ich rausgekommen ich höre oh nein sag was das ist Eisen das nehmen wir auch noch mit ist klar klar alles mit alles muss raus weißt du was jetzt ja schön wär wenn ich jetzt so ein buch hätte wie in skyrim wo man ja Rohstoffe umwandeln kann also Silboi Silboi Gold aber wir sind hier leider nicht bei dem schönen skyrim auch ein sehr sehr schönes spiel ja auf jeden fall auf jeden fall zu empfehlen also super spiel ähm uh ich grabe mal weiter in die richtung würde ich mal sagen was auch äh super spiel ist also wo ich wirklich begeistert von war ähm war Alan Wake hast du schon durch? ja da das habe ich gerade durch und äh da es so einfach so geil war ähm habe ich mir auch schon überlegt ob das mal in entfernter zukunft das spiel ist ja schon äh relativ alt ähm ist von glaube ich glaube sogar von 2010 2009 sogar aber ähm das heißt alt alt ist relativ also es gibt viele sehr viele gute spiele die was älter sind was älter sind